funktioniert herzlich willkommen zu einer neuen volk roblox wie heißt die mehr keine ahnung wie das ist die rennstrecke ich weiß nicht wie die map heißt meine ich nicht weiß nicht aber geben trifft den körper trifft den empfehler siehst du den raufwolke gibt es da auch gas einfach motor wochen das gleich mit dem bus was für ein unterschied diesmal gerade ich habe nicht gewonnen hat man hat aber klar und wirklich gesehen bei mir habe ich nur ein auto gesehen gegen die luft nein guck mal ja nicht wort das müssen wir uns mal merken wie ehrenlos ist der einfach so wie ich in solchen den erlten gamma beschreibungen eintragen für drei likes mache ich du bist eine grund sagen nur will ich gerade nicht also ich kann ihn auch dumm schalten jetzt kann auch von mir aus reden wir will kann ich nicht erst mal nicht mehr hören das ist schön gestimmt kann ich schön langsam fahren hier wieder gleich mal ausrastet auch ein bisschen ruhe ohne ihn naja muss ich mir mal merken der ehrenloser wartet nicht leute schreibt hashtag ehrenloser alle ehrenlos blöhh cool getwiftet das gefühlt bleibt nicht hohe abholen ok das steht hier nicht mehr da gut ok ok noch ein lois lois gerne auch wenn ich noch habe es nicht hier auch schade es hat immer noch nicht verlassen leute das ist neu leute das ist neu leute so wo gehe ich hin langlauf rein oder das weite von ganz oben da das weite ok er ist nicht da der hat erstmal 31.000 dollar er sagt als sogar noch hier bevor ich die aufnahme noch nicht gestartet mach mal bitte die leiste hat er gemacht ach das ist immer lustig wie er das macht muss ich mal fragen wie er das macht ach komm doch noch minus gemacht verlieren und das ist Mhm. 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 Mal gucken, ob er jetzt verlassen hat, dass wir noch lustiger. Oh, der hat noch 31.000 und ich bin auf Platz. Sieben. Uiuiui. Was für armer Arsch ist der denn? Geringverdiener, wenn ich nichts damit zu tun habe. Jetzt war ich geringverdiener und bin jetzt auch geringverdiener. Ähm. Los, los, geht schnell. Ach nee, nicht los, los. Ähm. Ich nenne ihn jetzt mal BMW oder BV. BVJ. Guten Tag. Danke. Vielen Dank. Für die Blume. Vielen Dank. Für die Ehre. Tja, mein Auto ist auch nicht für die Flüchtlinge geeignet. Sag ich jetzt mal auf dem Tisch gesagt. Heute wird er wieder ins BAM bei Roblox, weil er hier was schönes Beleidigen geschrieben hatte. Kann ich euch dann einblenden. Hab hier fotografiert. Der kann mir auch schreiben bei Discord, aber ich will es eh nicht lesen. Yes! SööööÖ Ich finde der Sterne verdient. Hm, hat er gar nicht, hm hm, jetzt liegt er auch noch. Er wurde bei Roblox gebannt! Das fand ich lustig. Er hat ja zwei Accounts. Auf einem einen Account wurde er gebannt. hier auch immer lügen will lügen darf man nicht sagen das blende ich das blende ich euch ein was er gestern abend geschrieben hatte deshalb verwendet er auch sein janni account ja nicht account er hat doch einen zweiten vielleicht weiß ich den noch den kann ich euch dann auch glaube ich einblenden wenn es geht und dann das geld einsammeln er sagt angeblich dass es nicht gemacht das war der kam von meiner mutter wirklich auf der geht und dann auf dem motor solche menschen kapiere ich nicht wie ihn er rastet so schnell aus wenn die die gestern die folge gesehen habe von minecraft ja ausgerastet ist wie er verlassen hatte er ist ein geringverdiener aber ich zum glück nicht ich bin ein geringverdiener mit 120.000 129.000 und er mit 136 377 also noch mehr geringverdiener ich glaube ich nicht mehr wie ihr also das ist echt ein guter neuer rekord jetzt schreibt doch was für ich sehe auch sogar die leiste verlos nicht checken sollte er soll einfach zu geben dass er nicht hier reich ist nämlich geringverdiener und dann ist es ja gut ich wünsche er könnte einmal lieb sein für sein leben junge ich habe mir noch verfahren das passiert mir noch selten heute heutzutage soll ich auch ein paar zwei machen wie ich hier mein auto tune mein neues dann hole ich einen mir ein richtig cooles board wagen dann da werde ich heute wieder nacht durchsucht bis um acht durch wahrscheinlich oder auch nicht bei ihnen weiß ich es ja noch nicht ich glaube schon wenn er lieb wäre das ist ja dann schön für ihn es sagt was ist das für eine ja auch ein paar nicht das hier wieder was ich gerade spiele und da sagt auch nicht das hier wieder ich weiß ich habe immer recht jetzt habe ich 133.000 und er hat immer noch 36.000 sieben und 17 sollte mal zugeben dass er wirklich gering verdienen weiß wirklich nicht mehr was ich sagen wollte dazu am besten nicht mehr mit gering verdienen spielen ich mache dann auch ein video werden auch mit mir spielen apex privat hier und vieles mehr wie warpli live wenn ihr das video gesehen habt das minecraft video muss ich noch cutten also das macht mein cutter dann für mich ich bin dann zu faul nur sag ich jetzt mal hauptsache er macht es für mich sogar wenigstens kostenlos die anderen wollen ja auch geld verdienen ist ja klar das kostet auch viel arbeit aber wenigstens habe ich einfach kostenlos machen da mein benzin geht auch gleich glaube ich leer mein benzin frostet sich schon langsam aber ich muss den bisschen höher legen wahrscheinlich der lois lois und ich sind fast fertig geworden ja gut aber gleichzeitig fertig geworden ihr seht ja auch noch andere spieler man bei sein geld konnte stand ändert sich nichts die progestärte noch vielleicht spare ich das geld auf eine million oder 2,6 million naja wenn er sich vertragen will soll er mir einfach nur schreiben punkte aus ende 2,6 millionen insgesamt ist das viel so viel das mecker ja nicht also doch so und ich mecker ja ein bisschen was er soll einfach schreiben hier das war man junge ich blende doch nicht die nachricht ein wasser geschrieben hat ja mit seinem account warum er gebannt wurde was eigentlich zensiert wurde jetzt habe ich 167.000 dollar was jetzt er 48.000 jetzt wird mal langsam kein geringverdiener mehr hoffentlich würde dieses video nicht sehen dann werde ich auch froh dass er es nicht sehen würde er fängt immer wirklich streit an und ich mache dann auch noch sogar mit das ist für mich ja egal er sagt immer hier bevor ich die aufnahme startet habe mach mal die leiste aus weil er das nicht mag wenn ich sehe dass wir ich glaube ich nehme dann noch mal mein kraft auf meinen server er kann ja vielleicht mitspielen wenn er sich benimmt ach so wie komme ich unten lang ich glaube nicht dass er spielen will bürger kriminelle gibt sogar zwei davon okay müssen muss ich richtig aufpassen andersens sein geld steigt langsam auf 48.700 17 immer noch das gleiche ich wünsche er war mal lieb ich wünsche er kann ja schon frech sein von mir aus aber noch 55 rennen machen wir noch und dann werden die auch dieses video für heute leute wenn wir die 1000 abonnenten haben da mache ich eine verlosung also hast ein schön like und ein abo da dass ich mehr verlosungen machen soll wenn ich 1000 abonnenten zum beispiel amazon prime hier gutschein oder oder was auch immer jeder kann mitmachen wie er lustig ist man muss nicht man kann mitmachen aber was verkauft er denn hier ja er hat verlassen endlich hat er mein wunsch erfüllt oh gott er spielt minecraft noch schlimmer kann ich kann es nicht mehr werden oder doch mein auto steckt nicht mehr blieben juhu jetzt habe ich endlich mal schon ruhe jetzt kann ich gummi durch sparen wenn ich die aufnahme beendet habe kann ich ihnen ja noch mal ein sturm wenn ich möchte habe ihnen ja glaube ich noch ein prozent dass ich ihnen fast nicht mehr hören kann oder so keine ahnung da leider jetzt habe ich beende jetzt schon die aufnahme wenn es euch schön gefallen hat was für die paluten sagen lasst mir nicht das wird ein anderer sagen bei mir ach warte ich weiß nicht welcher youtube egal der wird sagen lasst ein like und ein abo da und bis zum nächsten mal und ciao